Aber für mich immer noch ein sehr schönes Spiel hier. Es ist halt Game Preview und ich denke mal deswegen kann man nicht hier Multiplayer spielen. Gehe ich davon aus. Ja. Hallöchen Karate Konrad. Ich sag nur die Wahrheit. Wer keine Lust hat, kann ja andere Kanäle schauen. Was ist doch beleidigte Leberwurst. Ich bin nicht beleidigt. Schüsse mir Jacke wie Hose. Und wenn du nur herkommst zum dummen Labern und jeder weiß wo die Tür ist oder? Ich brauche keinen hier. Ganz einfach. Da. Und da. Scheiße. Heute noch Fliegenpelz. Fliegenpelzen? Woher soll ich jetzt schon eine Fliege finden? What? Fehlende Zutaten? Was für eine fehlende Zutaten? Was? Nahes Lager in der Reichweite? What? Lager bauen ich, oder was? Ah... Da aber ich könnte ein Platt ein Lager bauen. Ah, so thirsty. I drink anything. Oh, shut up, ich seh doch nichts hier im Dunkeln. Kein weiß, ich soll nicht wo ich saufen ist hier. Moin, Moin, Doktor Puppelwitz. Ich grüße dich. Ich hasse Nacht, ja. Aber ich weiß, da unten ist irgendwie so ein Tümpel. Besser wie nix. Ah, das war nicht sehr lecker. Das war nicht sehr lecker, ne. Das muss ich alles mal im Hellen einsammeln, ja. Kann ich das schon bauen? Pa, 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 pa. Wie viel haben wir denn? Äh... Null Uhr erst. Scheiß die Wand an, Herr. Scheiße. Wie geht's dir? Ich höre aber da irgendwelche Geräusche, die ich nicht hören will. Aber im Moment bauen ist halt auch scheiße. Ich räume mal hier die ganzen Saustelle hier auf. Was da alles rumliegt. Dass wir eventuell irgendwann mal was bauen noch. So, das Lager, etc. Im Dunkeln ist halt immer das Problem, wenn man hier irgendwelchen Tieren entgegenkommt. Man sieht sie zu spät. Er ist verdurstet. Verhungert? Er legt mir den Marsch. Uuuuuhh. Ah, scheiße. Sie waren dann... Max ist leider verhundert. Schieiiss, jetzt bin ich aber da. Wo bin ich denn jetzt schon mal da, ja? Ah, Gott, sind wir noch da. Ich hab mal das den Überblick verloren, ja. Ich brauche auf jeden Fall Nahrung. Das ist eins was sicher ist. Das alles mal da hinlegen. Oh, da ist ein Wassertropfen. Da ist ein Wassertropfen. Da sind viele Wassertropfen. Da war ich mal weg. Oh, da ist ja noch ein Rucksack von mir. Da war ein Wassertropfen. Da war eine Laut. Da war eine Laut. Ich brauche das zu haben. Das ist ein Herz. Ja das ist ein Herz. Aber die zwei sind's der hier. Das muss doch eigentlich der Wassertropfen darunter gefallen sein, oder? Ah, das ist schon nochmal getrunken. Ah, ah, wo war noch einer? Der da oben? Der hier? Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Der Aquatropfen. Also verhungern tun wir schonmal nicht. Das schonmal nicht. Aber es wird Zeit, dass es jetzt hell wird, Mann. Damit wir noch was sehen, ja. So lange macht man halt Hausarbeit, ne? Kümmert sich hier. Oh, man sagt Gartenpflege. 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 Ja. Ach, da. Mal schauen, ob ich da was einlagern kann. oder mal herstellen Seiler können wir mal gebrauchen oder Kieselsperr eine Trinkflasche was brauche ich? Matenhaut Spießchen eine Plattform auf der man fein säuberlich Grasplatten stapeln kann naja klar machen wir das jetzt doch schön seit wann denn das fein säuberlich wer braucht denn sowas Kiemensch ich soll ja so ein scheiss Vieh erspänen hab sie grad erspänt erspä eine Kreatur aber ja es ist ja blau ist keine Kreatur du holkopp ich mag halt nicht im Dunkeln rumlaufen ich höre doch schon das Spidermel aber hundertpro aaaah haben wir gemacht Kreaturenkarte frei. Ich sehe gerade einen Datenjob. Setze deinen Respawnpunkt auf dein offenes Zelt. Warum? Widerfahrten benutzen. Aber wie? Nein, nein, nein. Karte. Respawn, oder? Wegpunkt platzieren. Nach Auswahl zentrieren. Job kann. Wir machen jetzt einen Respawnpunkt. Hä? Ich kann ja nur hier einen Wegpunkt setzen. Mehr kann ich nicht. Schlafen acht Stunden? Nee. Aufwachen um 13.20 Uhr? Wir haben Leben nicht. Jetzt wird es ja gleich hell. Ah, warte mal. Respawnpunkt setzen. Ah, jetzt. Ich kann nicht einschauen. Das ist eine Respawnpunkt. Holy shit, ja. Da machst du was mit, ja. Aber wenn es jetzt hell, jetzt können wir dann Sachen suchen, ja. Erstmal hier den Saustall aufräumen. Oh, oh. Da kommt schon ein Viecher her. Leck mich doch am Arsch. Da kommt schon ein Viecherli. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier irgendwie anders bauen kann, ja. Irgendwie. I don't know, ja. Wiederverwerten. Er kann es ja nicht wieder wiederverwerten. Ich könnte jetzt hier eine Ding bauen. Bevor es richtig hell wird. Äh, grafisch, kletisch. Hier, ich mach mal ein Plattenlager. Was brauch ich? Trockene Graskacke. Kiesel brauch ich. Ich habe dich. Ich bin mir zu. Ich bin mir zu, ich bin mir zufrieden. Ich bin mir zufrieden. Da wollen wir ja unsere Scheiße hier suchen. Oh, oh hallo, komm du zu mir. Ah, schon der Spider-Man, oh man, hau ab, ja. Warum bei mir immer so viele Spider-Sense, ich weiß es nicht hier. Hab ich irgendwas verbrochen hier? Mal die Scheißsteine mitnehmen. Hey, du kleines Mischten, komm da her. Da sind zwei Spinnen, leck mich doch an die Kappe, ja. Hey, du kleine Laus, komm her, bleib doch mal stehen und hau nicht immer ab, ja. 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 Ja, oh Leute, da seid mich bei los. Da könnt ihr euch eure dummen Kommentare schenken, versteht? Ja, oh Leute, da seid mich bei los, laupt eure Ruhe. Da könnt ihr euch vom hier aus den ganzen Tag den Fingern anstecken, ja. Wo stehe ich denn? Da könnt ihr euch mit den Fingern anstecken und drinnen rumrühren. Ingo. Ja. 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 WONDERFUL! Ich muss meinen Rucksack wieder finden. Sauberle auch. Da liegen zwei von mir. Müssen wir uns den richtigen verwischen. Ich mach das eh nur hier, damit ich Videos hab. Für YouTube. Das wär irgendwas anderem. Der Rest hab ich überhaupt geschwingt. Da... Da, 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 da. Da, 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 da! Ohh, geh immer nicht schon auf die Sack her, du! das sind die nervigsten scheißdinger die es nur gibt hier die gehören doch alle ausgerottet hier mit irgendwas muss man ja mal anfangen zum ausrotten oder da ist das scheiß ich weiß nicht wo mir in meiner rucksack jetzt schon da ist das werden wurden da drin hier im boden komm raus du dreck so ich möchte das man das nervt du nicht ich hoffe ich spiele auf dem richtigen im weg kaber 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 ich brauche aber mein rucksack verdammte scheiße ich brauche 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 Gibt es an Bordniks? Gibt es an Bordniks? Ahhhh... Mal von der anderen Seite ranperlen. Das ist doch eh irgendwas Großes, oder? Ist jetzt der hier? P2 müsste es sein. Wenn diese Scheiß... Genau die... Genau die Drecksdinger. Und ich komm schon nicht an meinen Scheißrucksack, Mann. Ihr blöden Penner. Ah, ich kriege noch eine Merde. Ah... Das kann man da nicht umhauen. Ich hab jetzt heute noch nichts gemacht, ja. Ich weiß nicht, dass ich mich in Ruhe lassen würde, ne? Die hauen doch immer hinterher. Oder die gehen immer hinterher, die blöden Pisser. Ich weiß nicht, dass ich mich in Ruhe lassen würde, ne? Ja, ich glaub das Thema kann ich auch parken. Mit meinen Rucksäcken. Da kommt Spider-Man, wunderbar. Und die sind grad mal noch hier, die 90 cm. Hallo, Marienkäfer. Hallo, Marienkäfer. Hallo, Drecksmilbe-Mate. Was weiß ich... Oh... Krugskäfer, oder was? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Guck mal da, die Hoche. Irgendjemand schläft doch. Irgendjemand schläft doch. Wuscht ich. Ne Baumwanze. Es gibt schon ekelhafte Viecher. Nein, du sollst schon drunter fallen, du simpel. Bleibst jetzt mal oben, ja. 50 cm, dann komm ich wieder an meinen Rucksack. Wunderbar. Da, diese scheiß Baumwanzen, die machen da diesen scheiß Gestank. Äh. Ich geh lieber mal. Ich will nur meinen Rucksack. Mehr wollte ich gar nicht. Und da hab ich noch mal einen. Hecht nicht. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Jetzt kann er mal her. Boah, ist doch fehlend. Oi! Nein! Ach, leg mich am Arsch! Jetzt hat er mal die Schnauze mal her. Vielleicht von hinten kommen die Scheißviecher und dann kommt mir da so ne Baumwanns entgegen. Hi! Scheiß Gartner! Der Garten ist gefährlich. Jetzt habe ich schon meinen Rucksack hier, verstehst du? Ausrüstung beschädigt, ja schön. Lippine. Und das ist bei das. Wunderbar. Er hat immer scheiße, wenn er seine Ausrichtung verliert oder suchen muss, ja. Die ist halt immer krach, ja. Bombardier, Bombardierkäfer. Das müsste ein Rucksack sein. Hohe ich doch. Und bitte nicht, würde er was in der Gegend rumlaufen, blöd. Bist du immer noch da, die Drecksviecher? Gibt's denn sowas? Ich wollte nur meinen Rucksack zurückbringen, mehr würde ich doch gar nicht. Ihr Kackhaufen. Ich muss halt aufpassen, da sind ja noch die Spiders. Dürfen will ich mal einen zurückhaben, ja. Klee brauch ich ja noch. Dinkley, Dinkley. Dinkley, Dinkley, Dinkley. Dinkley, Dinkley. Ah, wir haben ja alles einsammelt und was mein Haus 70 cm das Klee brauchen wir halt auch darf man nicht vergessen Da muss ich schnell was machen. Es wird schon in der dunkle, da kann man wenigstens schlafen. Ich habe jetzt auch nicht gewusst, dass man schlafen kann. Immerhin schon mal rausgefunden. Da kann man nämlich die Time vorstellen. Da will ich doch noch was liegen, oder nicht? Äh, da sagt er mir was an. Acht Zentimeter, der Rentner? Hä? Äh? Da ist schon mal so ein scheiß Käfer. Äh, ich bin da ganz da unten am Arsch der Welt. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich bin da unten rein. er hat immer einen Stein hier Spiderman, Spiderman Äh, ich råbe Seil, brauche ich noch Ich råbe Sömer Kieselsperer, baume nicht Graben Jetzt kann ich alles nicht Ich råbe Sömer Kann ich nichts weiter analysieren? Ne Holy Shady Oh, du hast Ich råbe Sömer 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 Habe schonmal Plattenlager gebaut Wie er hier saßt die doch Jetzt hab ich erst mal niggelt hinher Achtung auf, was war in Dunkelheit 8 Stunden aber ich könnte auch was einlagern zumindest mal mein rucksack da mal einlagern ich kann mal einlagern ich bin da mal was essen ja besser wie nix ich bin da mal einlagern ich habe noch meine ganzen anderen waffen verdammte scheiße ich bräuchte meine ganzen rucksäcke wo da rumliegen aber ist aber gefährlich warte mal die steine hier einsammeln hallo stein hallo alter mann und dann habe ich hier noch was drin ich könnte ja müsste mal wieder eine fracke bauen aber ich glaube hier drin habe ich alles weg in meiner dose so jetzt muss ich erst mal was machen ja mal kurz leute die nur kommen um mir auf den keks zu gehen mit ihnen wird es mal ein kurzer prozess gemacht ist er so bestreuen dann will ich nicht mehr rum oder ich ärgere mich ja nicht ausgehen wo offen sagt verbringen die nacht lieber schlafen im offenen zelt so jetzt so jetzt so jetzt Da kommt Freude auf, ne? Da kommt auch Freude auf. Habe ich hier noch was drin liegen? Ich muss mal gucken, ob ich hier eine Fackel reinbauen kann. Ich will das Spider-Man. Ja, das Drecksvieh geht mal auf den Sack, ja? Aber böse auf den Sack. Aber böse auf den Sack. Aber böse auf den Sack. Sogar. Sogar. Da möchte ich hin. Hallo, Marienkäfer. Der Marienkäfer bewacht mein Ding, das ist schon mal nett. Was ist denn das? Ton? Da starb ich. Das ist mal eine andere Station. Was ist denn das? 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 Ja. Ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich kann nicht alle legt sie her. Im Moment habe ich nichts was ich hier irgendwie machen könnte. Ich könnte mir meine Lampe hier ausmachen. Äh, 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 äh. Milkenhut, Basenverband. Ich könnte mir einen Kieselsperr machen, einen Pilzbreit, können wir den jetzt machen. Da wurde Zutaten... Püriergerät! Püriergerät! Woher soll ich jetzt ein Püriergerät nehmen, du dumm Fugger? Da fehlt mir ein grobes Seil und eine Eichelschale. Püriergerät! Spießkolle! Mann, Spießkolle! Was brauche ich dafür? Rohsfleisch! I don't have Rohsfleisch! Mal in die andere Richtung gehen. Da hinten liegt immer noch ein Rucksack. Aber da ist Spider. Spider gefährlich. Spider scheiße. Nichts Seil, Gerne ab. Mimini alle zusammenmassen. Puhh! Ein kleines Ding vom Brunner Alles so weit weg hier Bin ich denn da wieder drauf gegangen vorhin? Oder überhaupt nicht, wo ich überall drauf gehe? Gut ist halt nur, dass man hier seine Rucksäcke dann auch wieder findet, ne? Dass sie überall rumliegen Ohne seien die Materialien nicht ganz verloren sind Dass man dann alles wieder neu machen muss Au, au, Tropfen Den nehmen wir doch mit Hier am Baseball ist immer gut, da gibt es immer diesen komischen Saft So, das haben wir doch mal ganz toll gemacht Ich wollte doch nur auf den Baseball Wo ist jetzt mein Mein Gejöns Hallo Rutscher Rucksack Und dann muss ich irgendwie mal meine Axt hier besser machen Nein Was? Hä, du bist doch so hohl hier, dass es brennt hier Oder? Wo soll der sein? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Der muss hier sein Da bin ich echt verarscht Ich glaub ich da extra der Herr besteht Und dann ist er aber nicht da Marienkäfer angreifen Immer schlecht Das macht man nicht Der ist zu stark Ah, da liegt er Holy Shit Oh, der ist aber arg voll Oh, oh Ah, den brauch ich aber Oh ja Das ist, was I need Ich kann mal halt 330 Meter hier aber da zurück Ah, nicht einfach hier, nicht einfach Und unser Rucksack ist halt voll, ne In der Nähe vom Marienkäfer bleiben ist immer gut Da trauen sich die kleinen Viecher dahin Die verwampfen sie dann Inventar voll Das heißt, ich muss mal Pflanzenfaser tue ich denn Äh Was war das? Weil die Viecher brauche ich Und trinken soll ich auch mal Auch wenn es mir danach nicht gut geht Der funktioniert noch Der funktioniert noch Funktioniert ja noch alles wunderbar Aber der macht ein bisschen komisch, oder? Der hört sich nicht so gut an Warum? Warum? Hier drin ist ja nichts kaputt Was hat der für ein Problem? Müsste eigentlich normal funktionieren Die habe ich schon abgecheckt, die alte Filzchen Auch Pilzchen kann ich aber nicht mehr nehmen Ah doch In Parkern auch nehmen Jetzt ist Inventar voll Näääääääääroads Nur keine Drecksviecher, die da entgegenkommt. Spiderman Spiderman Ich mach alles Geräusche, ja, nicht normal. Tuss ich mich nicht? Spiderman? Spiderman Hau amme! Hau amme! Hau amme! Holy shit! Ich hab schon alles analysiert! Oh man! Ich möchte wieder was Neues analysieren! Verdammte Kack! Misch mal der! Kann ich irgendwas wenigstens bauen? Hau amme! Rote Ameisenhelm! Kieselsperr! Was tepert man da noch? Ah! Ein grobes Seil! Entscheiden sein. Shit. kann man die pilze einlagern die ganzen pilze die pilze kann man einlagern da er ein grobe sejl da er ein grobe sejl der samme pilze ein spinnrad brauche ich schon gut 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 ich kann nicht machen was fehlt man da? Kieselhammer. Kieselhammer kann ich machen. Und noch eine Axt kann man noch bauen und rote Ameisenhelm. Inventar. Schweinroter Ameisenhelm. Äh? Wo Schweinroter Ameisenhelm? Keine Ahnung. Schwächen, Stechen, Schaf, Augen. Aber... doch ein Kieselsperr könnte man machen. Da hätte man das zumindest mal. Oh, ich hab noch eine Schokolade. Wo ist eigentlich hier meine Wand? Du kleine Drecksau. Hallo? 300? 400 Meter? Ich hab Hunger. Also ich muss unbedingt was essen. Oh, ich hab noch meine Pilzis. Ich hab mir... ich bräuchte eine stärkere Axt oder sowas mal. Um die anderen Sachen hier mal zu zerlegen. Und vor allem soll ich mal vielleicht noch ein paar Vorratskörbe bauen. Oh, ich hab noch eine Schokolade. Oh, ich hab noch eine Schokolade. Oh, ich hab noch eine Schokolade. Was? Oh, ich hab noch eine Schokolade. U. U. Gehen sie mal schmier doch den Sack. Sie geben mehr Bedarf auf den Sack. Meine ganze Materialien sind jetzt so, ach, leg mich am Arsch. Ihr Kleinen trägt Pitches her. Und warum die Spiders hier gerade bei mir rumhängen, das frage ich mich auch. Oh ja. Na ja, klar, jetzt habe ich wieder nichts. So ein Scheiter. Ich muss noch gucken, wo die Spiders sie sind. Okay. Hier ist der Viergevalent. Ja, was will ich machen? Ich will meine Rucksäcke. Oh, ich habe die Orientierung verloren. Oh, das ist immer mein Scheißweg, ah ne, da ist er, oh, ich bin am Arsch der Welt. Und jetzt im Dunkeln laufen, wunderbar. Aber wenn da keine Freude aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Oh, das ist immer mein Scheißweg. Oh, das ist immer mein Scheißweg. Ich bin an der zweiten Forschungsstation. An der zweiten. Haut bloß auf, ja. Ah, aber es gibt ja zwei. Also ich habe bis jetzt zwei entdeckt. Ah, ich bin hier unten und da möchte ich hin. Ne, das ist die dritte Forschungsstation. Und wir haben hier eine und hier eine. So eine Scheiße. Und die ist ziemlich weit weg. Ich kann nicht raus. Schon gar nicht im Dunkeln hier. Boah, wir wollen hier nachtiger bleiben, ne? Und irgendwie schauen, dass wir überleben. Gibt ja nichts zum Kepudern. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo muss ich hin? In die Richtung Gerade im Dunkel Und wenn halt so ein Spider-Man kommt, dann ist halt scheiße Dann ist es äußerst schlecht, ne? Oder die diese komischen Blattläuseler Drecksviecher da Ne, die Blattläuseler, das ist grüne Aber die roten da, diese Milben Oder was ist das für Scheißgedöntes Und die Genau die, wo da draußen rumkrabbelt jetzt Die rennen da ja hinterher Und hüpfen sich an hier Und immer immer rudeln, ne? Da schnull schon was Da schnull schon was Vor allem in der Dunkelheit schreien Weil man sieht nie, wo man da hinrennt, ne? Ja 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 Du kleine Drecksau Gehen wir jetzt nicht permanent Augen Gehen wir jetzt nicht permanent Augen Hä? Hä? Ha? Ha? Holy shit Aber ich ruhe nicht an Aber ich ruhe nicht an Ich ruhe nicht an Pferde immer noch Ah Ja, das war's. So lange ich mal animiert, ja. Okay, ab und in können wir mal noch... Wir lagen mal ein aus des milden Pelz. Ameisenkopf. Ameisenhelm. Das ist in meinem Rucksack. Wieso kann ich das nicht in meinem Inventar sehen? Du kleine Hohlbeeren. Und das nehmen. Anheben, platzieren. Leiderkopf. Ah. Was? Nebenhand? Nebenhand. Ah, ich kann doch nebenhand. Nein, das muss man halt mal wissen. Das geht nicht. Warum nicht? Nebenhand, warum geht es nicht? Das geht auch nicht. Oberkörper. Oberkörper. Ich habe doch mal irgendwo ein Poncho. Oh. Läuselfleisch. Aha. Verbrauchen. Somit mal die Gesundheit wieder hergestellt. Das ist schon mal wichtig. Und wir haben einen Helm, der uns schon mal schützt, ne? Das ist jetzt gar mal so schlecht. Irgendwo hatte ich ein Poncho drin. Ja. Hmm. Nur wo der aber da ist, das weiß man nicht mehr. Und der Körper. Ich hatte auch mal hier gedöhnt. Da haben wir noch ein Müß. Wir haben noch ein Müß. Ein Müß, die Riegel haben wir noch. Aber wo ich den hab. Irgendwo immer Rucksack, ne? Irgendwo immer Rücksägel. Wir könnten, äh, Fackel. Wo haben wir eine Fackel hier? Äh, Faserverband können wir noch herstellen. Ist immer gut. Äh, äh, äh. Krieg warst du schon stirbt. Da haben wir ja unseren Rucksack. Ja, Trinkwasser. Schön. Thank you very much. I love you. Aber jetzt haben wir ja genügend Wasser. Wunderbar. Ich lass jetzt mal den Rucksack hier. Der, der steht bei ja hier ganz geschmeidig, ne? Ja. Und schau, dass ich irgendwie zu dem anderen Rucksack hier komm. Mal auf die Schnelle. Mal auf die Schnelle. Äh, 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 äh. Wir sind hier. Da hätte man noch einer. Und da hätte man noch einer. Und da hätte man einer. Wir gehen jetzt mal zu dem. Ist halt jetzt dunkel, ne? In der Hoffnung, dass wir da irgendwie durchkommen. Und überschauen, äh. Ohne irgendwelche Blössuren. Ohne irgendwelche Blössuren. Und der Ort ist schon mal scheiße. Das weiß ich. Gefährlich. Das ist nämlich die Nöse. Inventar ist voll. Schau mal. Schau mal, dass wir da wieder irgendwie... Da ist ja unser Haus, ne? Das Haus. Das ist ja unser Haus. Das ist ja unser Haus. Holy shit. Jetzt ist das halt gefährlich, ne? Wie ich runterweil. Wie ich runterweil. Ha! Ja! 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 Dann war ich gleich mal da fallen. Äh. Warum ist es jetzt auf einmal dunkel? Pika-Rose Schravy Oh da ist ein Spider da sind überall Rucksäcke. Wo ist jetzt mein Haus? My home is my castle, hallo? Where are you? Karte. Ja, ich bin voll. Ich muss hier hin. Ich bin total los. Was ist das für blaue Pflanzen? In der Neue Forschungsstation. Wir haben schon wieder eine Forschungsstation. Da gibt es noch sowas. Wieso ist hier keine Kassette? Warum nicht? Ah, weil da eine liegt. Cool. Cool. Log 87.12.18. 87.12.19. Es ist über Nacht. Aber die Covalent Space Reducer Prototypen ist komplett. Otherwise known as the Shrinking Machine. I've dubbed it the Spacer. I should get some rest. But the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed. And I'm eager to find out if all these months of work were worth it. Da haben wir schon die Schrumpfmaschine. Absolutes Desaster. Explosion. Da haben wir die Scheiße. Liebling, ich hab die Kinder geschraubt. Supplemental Log complete failure. Oh, why do I even try? I'll clean this mess up in the morning. Aha. Jetzt wissen wir schon mehr, ne? Wir sind immer Rätsel hier auf der Spur. Und diese blauen, violetten Blümchen, die bräuchte ich. Ich möchte nichts mit euch. Ich möchte die violetten Blümchen. Ne Stechmilch. Ja, scheiß nicht zu. Das könnte schon mal ins Auge gehen. Ich glaube, das könnte sehr unangenehm werden. Ich weiß nicht. Run, Baby. Max hat das Löffelchen abgegeben. Ja, wie wahr. Ich muss da irgendwie hinkommen. Meine Aktion ist beschädigt. Aktion. Ah. Fuck you. Jetzt muss ich da hin. Das ist nicht so gut. Das ist sehr weit. Vor allem, wenn ich den scheiß Stechmücken. Ich brauche unbedingt mal einen Rucksack. Und da haben wir alles drin. Und da haben wir alles drin. Oh, das ist eine Blume. Benetivated. Benetivated. Das hier. Genau hier. gar nicht gut hallo marinenkäber hallo du kleinestigestig ja 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 mehr möchte ich doch gar nicht mehr ich fühle meinen scheiß Rucksack I need my ruckelsack jetzt habe ich das schon mal aus den Augen verloren jetzt habe ich das schon mal aus den Augen verloren er legt mich doch am Arsch ja wo ist er denn jetzt schon wieder oh fool hallo Dankeschön für deinen Follow Dankeschön Thank you very much ich weiß wieder nicht oder wo war jetzt der blöde Rucksack ... ... ... ... Oh, Stechmücke, Stechmücke, ganz schlecht, ganz schlecht, die hat mich gerade eben schon gekillt, oh, so ein Fool hier, hallo, Blattlaus, du kleines Dreckding, ich muss ja schon sagen, zu meinem anderen Lager, holy shit, so ein Fool hier, das habe ich eigentlich im Inventar, habe ich da noch Platz, nein, verbannt habe ich kein, oder doch, ein noch, ne, Käfergummi, so habe ich keinen Verband mehr, Quarzitstück, was ist ein Quarzitstück, ist das ein Stein, hallo, hallo, Marienkäfer, Gar nicht gut, Gar nicht gut hier, und noch zwei Meter im Prinzip, also 200 Zentimeter, hallo, Blattlaus, Moment, sieht doch noch ruhig aus, die kann man noch nehmen, aber, aber mehr näher an uns schon mal, ich meine, ich will nicht schlecht, kann ich jetzt reparieren, wie krass, geht aus dem Weg, Oh, ne, da sind sich heute die roten Dinger, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, ich gehe mal wieder auf den Sack, Hallo, brauner Käfer, oh, holy shit, juhu, Geronimo, aber man kann mir das Licht abmachen, ne, eh, Moment, ich glaube, den haben wir hergestellt, und das haben wir hergestellt, Sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Das nehmen wir mal, Ahh, da war schon mal, wo ist unser Puncho, Oberkörper. Jetzt haben wir schon mal hier, sind wir schon ein bisschen geschützter, ne? Für etwaige Angriffe. Aber unsere Gesundheit ist scheiße. Unsere Gesundheit ist scheiße. Das heißt, ich brauche unbedingt Verbände, fürs erste Mal. Dann tun wir uns mal heilen. Ah, viel gebracht hat es aber jetzt mal nichts, ne? Äh, was brauche ich denn zu herstellen von dem scheiß Dreck? Äh, Saft, Saft, ich hab kein Saft, ich bin saft und kraftlos, ja du. Und für die Ochse habe ich auch nichts. Äh, ich weiß es wohl nicht, wie ich in das... Genau. Ich könnte mal den Speer nehmen. Komm, nur, ja, ihr Säcke. Hast du mal da eigentlich drin? Könnte man noch einiges reinmachen, oder? Hohes Fliegen gleich. Wenn ich ne Fackel hätte, oder kann man da Feuer machen? Ich würde stechen. Ich würde stechen. Äh, braten? Braten. Können wir hier einen schönen Grill hinmachen, oder? Komm her, schön grill hinmachen. Hier, kann man dich hinmachen, oder? Ich schaue hier hin. Dann hab ich ja schöner hab, wie Papier. Äh, schnapp. Cool, oder? Wird, wie ihr wisst, mal gegrillt. Was liegt denn da hinten noch? Können wir reinmachen? Eine Kleeblatthaube. Die können wir da reinmachen, oder? Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Das können wir einlagern. Da haben wir wieder Platz für andere Sachen. Fliegenpelz. Die können wir einlagern. Das 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 können wir in die Säcke rein. Das ist ja wohl ein Witz. Es ist ja was Dinger verbrannt? oder was? Verbrannt. Trink was, sonst stirbst du. Jo. Hm. Noch 30 seconds. Oh, scheiße. Gott sei Dank haben wir hier einen Tümpel her. Oh, thank you. Ist halt nur Dreckwasser, aber immerhin besser wie nix, ne? Habe ich es jetzt gebraten? Ah, verbrauchen. Ja, da geht es ja so gleich oder besser, ja. Grillfest. So, dann wollen wir uns mal auf die Suche nach andern... ...Ruchsäcken würde er machen. Wie viel Scheiß bei das wäre. ... ... ... ... Dreckige Spinner. Die scheiß Spinnendste. Die Fische zahlt die Fuß, ne? Schade, dass diese Pilze da nicht lieben. Die kleinen Dinger, die sind auch Dreckschweine. getrennt ganz schlecht ich weiß wieder nicht wo mein Haus ist ich hätte mal wieder Point of View setzen sollen oder was weiß ich hier holy shit ich bin beim Laser ich bin nicht am Laser ja ich bin der Taucherlust Karte wie weit entfernt ich mich noch von der Truppe ich bin doch nicht ich bin aber dann auch in der Untertitelung Oh, ich hab halt keinen Papa nicht mehr. Ich hab ja nicht geguckt, dass ich da mal da hinkomme, aber ich hab da die Orientierung verloren. Diese Scheißspin, ich sag's, ich geh immer so auf den Schlag, ja. Ich hab ja nicht zu Ende gesehen. Holy shit. Keiner was braten. Spießgrillhammer. Eine Pflanzenleuchte. Eine Saftleuchte könnte ich machen. Trockener Grasprocken bräuchte ich. Drei Stück. Hab ich das hier drin? Ne, die hab ich erdrücken. Kleepeller. Die hab ich hier drin, ne? Hier haben wir das trockene Gras. Ja. Und wir haben eine Saftleuchte gebaut. Mal schauen, ob ich die vielleicht hier bei mir hin machen kann. An meine Döschen kann ich die nicht hier hin bauen. Ja. 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 Feierscheid macht hier. Ja. Ja. Ohne es werde Licht hier. Boah. Rohes Fliegenfleisch vergammelt. Scheiße. Hätte ich vielleicht alles braten sollen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann haben wir mal das. Abholen. Und wenigstens braten. Und wenigstens. Oh. Ich brauche alles voll hier. 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 Kann ich das auch braten? Ich brauche alles voll hier. Aber wir können hier das einlagern. Vor allem die... Ich habe eine Kiezeachs. Spiderman. Ungültiges Objekt. Als ob... Das ist halt immer scheiße. Die sind genau immer in die Richtung, wo ich es brauche. Ja. Fuck. Fuck you. Aber ruhigende Musik ist doch immer schön, oder? Soll ich es wagen? Ja, den Kampf gegen das Dreckstück hier. Soll ich es wagen? Die ist stark. Ich glaube, ich kriege etwas. Nun. Morgen, Mr. Cookie Monster. Also... Uns weiß ich nicht. Aber mir, ja. Ich denke mal, dass ich allein bin. So bin ich hier nicht los. Darum kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ja. Ein Grab. Ich müsste graben. Ja, wunderbar. Ich grabe mir mein Grab. Ja. Wo sind denn eigentlich meine Rucksäcke? Ich höre doch irgendwo wieder fliegen. Ich höre doch... Da hinten 400 Zentimeter. Ah. So weit weg von zu Hause her. So weit weg von zu Hause. Oh, ja. Ich höre doch ein Krabbelpier. Ne Larve. Ne Larve. aber wie gesagt hier ist immer ruhig hier ist immer ruhig es wäre ja ein wunder wenn es anders wäre der weg ist immer so weit das war ja wohl wieder ein für ihn hier. So weit bin ich doch im Leben nie gelaufen hier. Ich höre, wenn er Krabbelviecher nicht hören will. Und ich muss unbedingt was trinken. Unbedingt. Die, das ist der Dreck. Samtmelben. Die sind absoluter Schmutz hier. Die sind absoluter Schmutz. Oh, da guckt nur mal eine. Oh, oh nee. Hallo Ameise. Wir sind Freunde. Hallo. Ameisen sind okay. Die machen einem nix eigentlich. Nur die anderen Drecksviecher. Hallo Ameise. Ich will mal das einsammeln hier. Das brauche ich ja. Das Trockene. Was Inventar voll du horst. Was haben sie da für eine Scheiße da drin? Also mal halt mal ein paar Pilze hier. Oh, na ja. Kack, die wollen da ja. Wieso habe ich zwei Sperre dabei? Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da. Das ist... Oh, na ja. Und da weiß ich nicht, was ich machen soll ja Ich bin ganz weit weg von zuhause. Ja, ich bin so oft hier. Ich bin am Arsch der Welt. Nee, das möchte ich doch gar nicht. Ich bin am Arsch der Welt. Warum ich eigentlich zu meinem Rucksack gehe, frage ich mich immer noch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich brauche ja gar nichts. Ich bin am Arsch. 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 Ich brauche den Saft. Ich brauche den Saft. Ich bin am Arsch. 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 schläft. Habe ich was zum Analysieren? Ja, ich habe schon ewig nichts mehr analysiert, ja. So ein Fuhl hier. Spiels für den Hammer. Das könnt ihr mal machen. Eine Grastür. Das ist ein Fuhl. 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 Einmal mal. Mal gehen mal da rein. Einlagern. Und das ist ein Fuhl. 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 Ja, aber ich würde sagen, für heute langsmal, ja. Gutes Spiel, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, ja. Werd ich auf jeden Fall machen. Spawn bei der Kinderbox. Ich habe die Kinderbox. Ja, man, wie fackle aus. Nein. Ich hab mal mehr noch auf. Äh. Moin, Moin. Und eigentlich meine ganzen Pater-Dinger. Das wollte ich einlagern. Das wollte ich einlagern. Essen brauchen wir nichts, wir sind ja wieder tot. Da muss man mal gucken, was wir brauchen. Passt aber, man braucht Saft. Saft. Da brauchen wir einen Madenhut, drei Stück. Madenhut. Den haben wir ja schon gebaut. Ja, Bitch, komm, Madre. Ja, ich... Augenklappe, hörst du mal eine Augenklappe. Grobes Seil. Die Augenklappe, meine Augenklappe. Die Augenklappe. Ich brauche aber mal eine Eigelsaube. Ich brauche eine Eichelschale, aber wie kriege ich die auf? Einen Spröchstingsbogen können wir bauen. Einen Pfeil brauche ich Distelstachel. Eine Fackel. Und die können wir in die Nebenhand machen. Aha. Wo ist meine Fackel? Spröchstingsbogen. Die können wir nehmen. Und dann können wir auch bei Nacht laufen. Oder weiter? Äh? Was? Hallo? Ausrüsten? Nein! Ausrüsten? Wo ist die Fackel hin? Ah. 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 Genau. was willst du auch hier einheben platzieren. Aha, interesting. Ich brauche einen wilden Pelz. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich speichere mal. Und speichere mal. Oh, da kommen wir zum Ende. Mad Grounded. Moin, moin. Hallöchen, heute schon Nudeln? Nein, heute gab es keine Nudeln. Heute Morgen, ja. Heute Morgen gab es Nudeln. 1,5 Liter, Zero, Cola Zero. Ich habe nur 1,25. Cola gibt doch gar nicht den 1,5, oder? Nur 1,25 und 1 Liter und 2 Liter. Oh, da sehe ich das falsch. Hallo? Was ist das? 2 whole thing. Boo. So, ein Schluss. hier ich genug gegründet heute mal gucken was ich noch machen erst mal aufs Klo gehen klo gehen klo gehen klo gehen klo gehen klo gehen